Für einen genussvollen Sex brauchen wir das Spiel von Anspannung und Entspannung des Beckenbodens. Also, dass wir den Beckenboden möglichst fest entspannen, aber auch anspannen können. Dies fördert die Durchblutung des Genitals und somit das Feuchtwerden sowie das Lindern oder Verhindern von Schmerzen. Stelle dir vor, du hast einen Lift in deiner Vagina, den du mit deinen Beckenbodenmuskeln steuerst. Spanne die Muskeln an und lasse den Lift langsam in den ersten Stock fahren. Halte an und lasse die Leute aussteigen. Spanne die Muskeln weiter an und fahre in den zweiten Stock. Es steigen ein paar Menschen ein und aus. Fahre dann in den dritten Stock. Auch hier steigen ein paar Leute ein, fahre zurück zum zweiten Stock, lass ein paar Leute aussteigen. und fahre dann in den ersten Stock, wo auch wieder ein paar Personen aussteigen. Im Erdgeschoss steigen nochmals ein paar Leute aus und dann fährst du mit dem Lift in den Keller. Führe diese Übung mehrmals täglich durch, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs. Du kannst sie auch im Sitzen oder Stehen ausführen. Abonnieren Begon Begon Untertitelung des ZDF für funk, 2017